Ja, Junge! Richtig stark, Karlajcic! Das ist ein Handspiel, was du als Fußballfan nicht haben willst, aber was schon häufig gepfiffen wurde und du deswegen auch pfeifen kannst. Diaby unten, auch wahnsinnig guter Spieler. So viel Tempo, mal von Panos versuchten zu stellen. Der Ball kommt trotzdem durch. Boah, Latte! Und jetzt Anton weg damit. So, González setzt sich vielleicht da unten durch. Gegen Tar hat den Ball noch. Ja, Abschluss! Einer zu viel, Klimovic! Das war, glaube ich, eine dickere Chance, als man denken würde. González geht an dem vorbei. Noch einer, verteilt den Ball, aber der prallt so raus, dass Klimovic, boah, Bruder, er kommt halt wirklich wieder 10, 11 Meter frei vom Tor, mehr oder minder frei zum Abschluss. Das darfst du zumindest mal aufs Tor bringen. Boah! Stark von Kobel. Dem hierbei mit dem 1-0 für Leverkusen. Da hat sich Diaby irgendwie durchgewurschtelt. Das Ding war dann ganz gut gehalten von Kobel. Auch auf die Seite abgewehrt. Was würde er da großartig anderes machen? Und dann krätscht da hinten Dem hierbei rein. Ja, hoher Ball. Anton raus. Endo kommt nicht an den Ball. Mafropanus düpiert mit dem Trick von Diaby. Und dann steht es 1-0. Und das tut es ja auch nicht unbedingt unverdient. Lirikus hat schon das Spiel gemacht bisher. Das ist ja durchaus verdient bis hierhin. González packt sich an seinen Fuß. Ja, der packt sich hinten an seinen Oberschenkel. Das ist schon mal kein geiles Zeichen. Ne, geil, González muss raus. Ach, nee. Heißt, dann wird wahrscheinlich gleich Karlajcic kommen. Ah, Dem hierbei hat richtig viel Platz. Ja. 2-0 für Leverkusen. Das ist so halt einfach nicht gut genug verteidigt. Beziehungsweise ein Mix aus stark gespielt natürlich. Leverkusen hat einfach Qualität und auch nicht gut verteidigt. Anton zeigt gerade an, wo ist es hier? Brust raus, wo ist die Körpersprache? Das fehlt irgendwie so ein bisschen. Das ging etwas arg einfach. Aranguiz spielt den Ball. Und dann hat er auch einfach richtig stark weitergeleitet. Von Bailey ist es, glaube ich, runter auf Demirbayor. Und er läuft einfach komplett frei auf den Torwart auf. Es war halt einfach stark gespielt. Aber so eine Lücke zwischen Mavropanos und Anton zum Beispiel, darf da halt nicht so gerissen werden. Das war einfach stark gespielt. Aber besser verteidigen kann man es halt auch. Also Tommi kommt für Massimo und Ahamada kommt für. Ach, Kämpf ist raus. Endo in der Innenverteidigung. Interessante, interessante Idee. Tommi jetzt mit dem Steilpass auf Kalajcic. Komm Junge, setz dich durch. Jawohl! Abschluss! Ja, Junge! Richtig starker Kalajcic! Richtig starker Kalajcic! Weltklasse, Bruder! Sehr schön! Setzt sich stark durch gegen Tapsu, aber war bestimmt auch nicht einfach. War bestimmt nicht einfach, sich gegen den durchzusetzen. Stark gemacht. Und dann chippt er das Ding da weg. Da hinten holt sich Anton den Ball zurück. Den lässt sich Würzrecht einfach wegnehmen. Dann ein schöner Steilpass von Tommi auch. Schöner Ball. Muss man einfach sagen. Schöner Ball. Dann Kalajcic setzt sich stark durch. Geht auf den Keeper. Chippt das Ding rein. 2-1. Jungs, wir sind wieder dran. Sehr, sehr starkes Tor. Ahamada mit einem wunderbaren Ball auf Silas. Der bleibt noch am Ball. Der verliert keinen Ball. Sehr stark, Silas! Boah! Und er versucht es auch ganz clever. Geht auf die kurze Ecke. Die der Keeper ein bisschen, ne? Weil Keeper tippt eher auf Flanke. Silas geht auf Schuss. Auch wieder sehr stark durchgesetzt. Ball gefühlt schon weg gewesen. Aber er bleibt am Ball. Setzt sich stark durch. Auch gegen Tabsubar wieder. Richtig stark. Und jetzt Eckball für uns. Silas einfach Wahnsinn. Also ohne Spaß. Für den werden wir irgendwann, wenn der so sein... Wenn er das Niveau hält, was er ja zeigt, dass er es tut. Dann werden wir mal sowas von unnormal Geld für ihn einnehmen irgendwann. Weil der wird dann nicht lange haltbar sein. Tommy. Ja, die ist nicht schlecht. Kalejcic kommt hin. Und wieder Handdiskussion. Man kennt sie. Bei jeder Ecke ist die Handdiskussion am Start. Hatten wir ja erst gegen Gladbach. Bei jedem hohen Ball gibt es direkt die Handdiskussion. Jetzt kann Leverkusen. Boah. Stark von Kobel. Ein schöner hochgechippter Ball. Oh Gott, was war das für ein Fehlpass von Armada. Bailey. Diaby. Geht vorbei. Schiebt ihn zurück. Und das 3 zu 1. Leverkusen durch Bailey. Da ist gerade einiges auf einmal passiert. Erstmal ein schöner Chippball. Dann kommt Kobel raus. Und anders als bei Bredlow. Jetzt gar kein gewollter Diss oder sowas. Aber anders als bei Bredlow springt er hoch und hat den Ball. Schön rausgespielt. Diaby über rechts setzt sich durch mit dem Tempo. Schiebt ihn zurück. Und macht ihn rein. Jetzt geht es um Handspiel nochmal. In der Szene davor. Also. Ich will nicht sagen. Aber es ist wie du mit dem Pfeifen kannst. Das ist wieder ein Handspiel auf dem Level von Gladbach. Das ist ein Handspiel, was du als Fußballfan nicht haben willst. Aber was schon häufig gepfiffen wurde. Und du deswegen auch pfeifen kannst. Mal gucken, ob du das überprüfen kannst. Weil dieses Ding war ja noch vor dem 3-1. Mal gucken, ob sie es nochmal checken. Und ob ihr vielleicht quasi statt einem Gegentor einen Elfmeter bekommen. Mal gucken. Wir sehen, die sehen jetzt nochmal. So. Aus Fußballbrillensicht. Ich will diesen Elfmeter aus Fußball-Sicht nicht haben. Ich will ihn aus Fußball-Sicht nicht haben. Weil das war keine aktive Handbewegung zum Ball. Whatever. Aber. Aber. Das große Aber. Und das große Problem der nicht vorhandenen Linie im deutschen Fußball-Schiedsrichtersystem. Das wurde auch so schon mal gepfiffen. Gleiche Diskussion wie bei Gladbach. Das wurde so schon mal gepfiffen. Ja. 3-1. Tor zählt. So. Jetzt Anton. Ja. Ach. Anton verbaut den Ball. Soweit vorgelegt. Und jetzt kann gekontert werden aus Leverkusener Sicht. Den kommt durch. Schick. Hoch auf Diaby. Wirtz. 4-1. Und damit ist das Spiel entschieden. So wie es halt dann verteidigt und nach hinten gelaufen ist. Bei uns war es halt gefühlt. Ist halt gefühlt totaler Angriff mittlerweile. Oder sehr offensiv. Oder wie immer das mittlerweile in FIFA heißt. Fehler von Anton vorne. Dann fehlt ein Abwehrspieler hinten. Dann spielt sein Leverkusen auch wirklich gut raus. Und das. Wird es dann gewesen sein. Also. Das war. Alter. Das Wortspiel war gar nicht gewollt. Aber das. Mit dem Torschützen. Wird es jetzt auch gewesen sein. Keine Chance. Außer das wird nichts mehr. So. Schön. Tommy. Schöner Ball. Kalajcic. 4-2. Doppelpacker. Kalajcic. Komm Jungs. Sag doch. Wir brauchen nur ein Tor. Und es ist wieder da. Sehr schön. Sehr schön. Starkes Ding. Ganz ehrlich Jungs. Selbst wenn das eine nichts mehr bringt. Es war wieder ein wunderschön rausgespieltes Tor. Tommy. Schöne Flanke. Und einfach. Kalajcic. Alter. Ich habe seltene Menschen gesehen. Mit seinen 2 Metern. Und so beweglich. Und so technisch gut ist. Wie der. Wahnsinn Bruder. 4-2. Also um Tore brauchen wir uns hier heute. Echt keine Sorgen machen man. Wild. Und vertennelt er. Ja. Jetzt das Ding drin. Gerade wo ich sagen wollte. Haut die VfB Emojis rein. Vielleicht geht hier noch was. macht Gray das 5 zu 2. Und das ist halt auch. Um es wieder in FIFA Fachsprache zu sagen. Dem totalen Angriff geschuldet. Logisch. Aber um hier kurz. Ein kurzes Fad zu machen. Geht in Ordnung. Vor allem weil wir halt wirklich. So ziemlich die schlechteste 1. Halbzeit gespielt haben. In der Saison bisher. Da lief ja gar nichts zusammen. 2. Halbzeit hat sich nicht aufgegeben. Früher ein Anschlusstreffer gekommen. Dann hattest du halt wieder die großen Diskussionen. Rund ums 3 zu 1. Das hat man ja vorhin im Stream schon drin. Rund um Handspiel. Und das 3 zu 1. Das danach gefolgt ist. Dann trotzdem auch da nochmal zurückgekommen. Nach dem 4 zu 1. Das 4 zu 2 gemacht. In der zweiten Halbzeit kannst du in der Mannschaft wirklich nicht viel. Nicht wirklich viel irgendwie angreifen. Das war stark. Immer sich glaube ich immer nach vorne gespielt. Deswegen kriegst du halt auch mal ein, zwei Tore mehr am Ende. Weil du halt gefühlt mit totaler Angriff spielst. Von dem her kam er weiterhin sehr zufrieden mit dieser Mannschaft. Das 2 zu 1 war einfach wirklich nichts. Die Wolken. Ich war wirklich die erste richtig, die erste wirklich richtig schlechte Halte dieser Saison bisher von uns. Und dann kannst du gegen Leverkusen verlieren. Ist ja jetzt auch kein No-Name-Klub, der jetzt um Abstieg spielt. Die gehen Richtung Euroleague. Die gehen Richtung Champions League. Einwächste Spieler waren auch ordentlich. Toll, mir hat mir gefallen. Armada hat so ein bisschen was gebraucht an Zeit. Ein bisschen Nervosität verschundet. Aber am Ende hat er mir auch sehr gut gefallen. Von dem her kann man vor allem mitnehmen, dass wir auch hier über vor allem der zweiten Halbzeit sehr gut mitgehalten haben. Uns nie aufgeben. Auch ein wunderbares Zeichen. Und dann wirst du halt wirklich den, worum es ja geht, Klassenerhalt wirst du wirklich in den Spielen dann, wenn du solche Leistungen zeigst, wie in der zweiten Halbzeit, gut mitnehmen können und gut schon recht früh quasi sicher machen können, nachzuspielen, wie dann Berlin nächste Woche. Dann hast du Schalke, dann hast du Köln. Das sind die Spiele, wo wir punkten. Wie jetzt auch Mainz zum Beispiel. Da wirst du punkten. Musst du punkten. Wirst du auch punkten, wie gesagt. Und dann haben wir weiter mit dem Abstiegskampf nichts zu tun. Und wir können weiterhin sehr zufrieden sein mit der bisherigen Saison. Bis zum nächsten Mal.